Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Ich habe in meiner letzten Reaction ja schon angekündigt, dass ich eigentlich mich der Reaction widmen wollte von Elements of Justice, beziehungsweise Phoenix Wright MLP Elements of Justice, dem dritten Part vom ersten Fall. Leider muss ich diese Reaction etwas nach hinten verschieben. Nicht, weil es mir nicht in den Fingern juckt, zu erfahren, wie der Fall der nun zu Ende geht. Das ist es definitiv nicht, weil mir natürlich juckt es mich regelrecht in den Fingern, da reinzuschauen und zu erfahren, wie es denn nun weitergeht. Aber das Problem ist halt, wie ich schon sagte, da das Ding wirklich unfassbar lang ist, muss das natürlich immer gut geplant sein und auch in meinen Planungsterminplan auch passen. Aber ich denke, ich kann es bald machen, denn da ich ja jetzt endlich Urlaub habe und somit das Jahr für mich auch zu Ende geht, ein Glück, kann ich sagen, dass demnächst ich auf jeden Fall dazu kommen werde, die Reaction aufzunehmen. Wann sie oben sein wird, weiß ich noch nicht, das hängt davon ab, wie mein Uploadplan es hergibt. Ich will jetzt noch diverse andere Videos machen, zwei andere Reactions kommen, vielleicht auch sogar noch mehr. Dadurch, dass ich jetzt Freizeit habe, habe ich auch mehr Zeit, da Videos in der Hinsicht zu machen. Und was ich mir auch noch vorgenommen habe, ich möchte noch ein anderes spezielles Video machen, was jetzt nicht mit einer Reaction zu tun hat. Dazu dann mehr, sobald es konkrete Pläne dafür gibt. Okay, kommen wir jetzt erstmal zu dem, was heute ansteht, nämlich Your Little Cat Nummer 4 ist es, glaube ich. Jawohl, ForgerLogger beglückt uns wieder mal mit einem seiner Videos, wobei ich ehrlich sagen muss, dass die mit zu meinen absoluten Favorites zählen, weil ich, ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Katzenliebhaber und dass er hier die MLP Main 6 in Katzen verwandelt, finde ich immer noch eine so mega gute Idee. Das hat mir bisher in den Videos immer wunderbar gefallen und wird auch dieses Mal bestimmt wieder dafür sorgen, dass ich mich vor Lachen kaum noch halten kann oder halt eben nur staunen kann, wie er es schafft, katzenähnliche Züge den Ponys einzuhauchen. Und, ja, das zaubert mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Deswegen würde ich einfach sagen, legen wir los mit Your Little Cat 4. So. Your Little Cat 4, ich starte das Video jetzt. Pinky spielt, Rainbow steigt gleich mit ein. Ja, 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 ja. Nur normalerweise zieht die das mit ihren Pfoten runter. Genau, ganz genau. Trinken unter Wasserhahn, aber sind zu doof. Wirklich zu treffen. Und das mit dem Toaster ist autypisch. Ja, natürlich. Das Klopapier, was aufgebraucht wird. Und weiter geht das. Aber das mit dem Toaster fand ich schon schön. Ich warte immer noch auf den Gag mit der Gurke. Obwohl, nee, der kam. Der mit der Gurke, der kam ja schon. Glaube ich zumindest. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, er war... Ja, natürlich. Und am Lampenschirm. Mit den Pfoten in der Teigschüssel oder was auch immer das ist. Näh. Ja gut, das muss ich ehrlich sagen, passt zu einer Katze und zu Pinky selber. Näh. Ein Marienkäferchen. Ja, genau. Twilight, die hat ja Schiss davor. Mach das weg, mach das weg. Jetzt hängt es an der Decke. Oh je. Ja, natürlich. Ein preisgekröntes Körbchen, aber wohl liegt die Katze lieber drin. Im Karton. Oh mein Gott. Das ist höchste Strafe für dir. Elektrischer Gummy. Hinterher, Pinky. Eigentlich fehlt hier noch der Gag so ein bisschen mit dem Laserpoint. Aber gut, den hat ja StormXF3 mit seinem Pinky-Video schon gebracht. Das auch wirklich echt geil war. Äh. Pfff. Wie bescheuert das aussieht. Oh Gott, nein. Irgendwie wie sie mit dieser Haube einfach... Zack, komm rüber. Alter, nee. Es ist so geil. Ich könnte mich immer wieder nur ein bisschen vorlachen. Oh, schön. Danke schön, Fongalonga, wieder mal für dieses Video. Mir stehen die Tränen in der Augen, nein, nicht wirklich. Das sind Lachdränen, aber egal. Wow. Also, wieder mal, wie ihr es ja schon gemerkt habt, blendende Unterhaltung. Katzen und Ponys wirklich wieder mal perfekt miteinander verbunden. Es sind so viele... Ich meine, ihr wisst ja von meinem letzten... Von meiner letzten Reaction, Your Little Cat noch, dass ich selber halt auch Katzenbesitzer schon war. Immer noch am starken überlegen bin, ob ich es wieder werden möchte. Das birgt halt eben auch immer gewisse Fragen, auf die man sich permanent halt was das angeht stellt. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist eine Privatsache, die ich selber mit mir ausmachen muss und nicht mit euch hier besprechen muss. Das gehört nicht hierher. Aber ich bin halt schon Katzenbesitzer gewesen und kann wirklich alles, aber wirklich alles, was in diesem Video vorkommt, bestätigen. Das ist unglaublich. Also gut, das Einzige, was ich jetzt nicht erlebt habe, ist das mit der Haube. Das zum Glück musste ich meinen Katzen nie antun, dass die mit so einer Haube rumrennen mussten. Aber diese Sachen mit dem... Das mit dem Körbchen, dass sie nicht drinlegen, sondern sich den Karton nehmen. Den Kopf in eine Tüte stecken und dann zurückweichen. Sie irgendwas berühren, was dann losläuft und dann hinterher rennen. In die Ecke sich kauern, um vor irgendwas in Deckung zu gehen und dann in die Luft springen und sie an der Decke hängen. Gut, dass wir die an der Decke hängen bleiben jetzt nicht direkt, aber dass sie schon sehr hoch springen. Oder der Toaster, der hinter ihnen hoch geht, beziehungsweise der angeht und diese dann wegschrecken. Das war bei mir häufig, wenn ich auf dem Sofa saß, die Katze irgendwie auf dem Boden lang gelaufen ist und ich es gewagt habe, meinen Fuß ein bisschen nach vorne zu schieben. Dann sind die Katzen auch immer gleich gesprungen. Also die Reaktion seit einer Katze ist bewundernswert. Und wie die dann auch reagiert, ist teilweise wirklich lustig. Es gab mir einige schöne Momente, aber ich weiß wirklich jetzt, wie gesagt, echt nicht mehr, ob der Gag mit der Gurke schon mal gebracht wurde. Aber ich glaube doch schon, ich glaube, der wurde im letzten Your Little Cat schon gebracht und insofern, ich glaube, die haben sich ein Video angeguckt auf dem PC und da war genau das mit der Gurke. Deswegen, ich meine, das war schon drin. Wenn das jetzt nicht so war, dann entschuldige ich mich dafür, aber ich bin mir eigentlich jetzt doch schon ziemlich sicher, dass dem so war, dass das mit da enthalten ist. Ja, an sich, wie immer, ForgerLogger steht einfach für gute Unterhaltung. Das habe ich am Anfang des Videos gesagt, das habe ich auch in anderen Reactions schon des Öfteren gesagt, aber ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Und ich merke es ja auch immer daran, wie sehr ihr euch diese Reactions wünscht und wie sehr ihr sie auch feiert. Also ich habe bisher bei den Videos immer durchgehend die gleiche Leute auch gehabt, die sich an dem Video erfreuen und meine Reactions auch gut fanden. Insofern merke ich ja auch, dass euch diese Reactions auch immer ganz besonders gefallen und speziell auch der Game Lover, den ich damit hier nochmal herzlich anspreche, der ja auch immer fleißig unter meinen Videos kommentiert. Der ja da immer auch, der jetzt auch nochmal von dem Video gefragt hat, wann kommt denn die Reaction? Ja, jetzt kann ich dich beruhigen, jetzt ist sie da. Ja, deswegen nochmal Grüße an dich und nach Rumänien. Ja, es ist immer wieder eine Freude und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn von diesen beiden Künstlern, der Argroll und der ForgerLogger, neue Videos kommen. Und auch das hat mir wieder gezeigt, dass ich da noch lange nicht müde bin und auch überhaupt nicht daran denke, da in irgendeiner Weise einen Strich drunter zu ziehen und das gar nicht mehr zu machen. Also das wäre fatal. Ich habe weiterhin Spaß an den Videos und möchte das auch natürlich mit euch hier live dann auch teilen. Ja, damit sind wir dann durch. Fast 10 Minuten. Länger als ich gedacht hätte, die Reaction. Ich dachte, ich würde sie unter 10 Minuten bekommen. Aber gut, ich habe jetzt auch viel verplappert mit irgendwelchen sinnlosen Schwachsten, denen ich euch natürlich wieder in den Drachen stopfen muss. Nein, Spaß, das ist natürlich nicht gemeint. Aber egal. Ich hoffe, wie gesagt, wie ihr immer, dass euch die Reaction gefallen hat und dass ihr auch im nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Euer D-Spyro. Ciao. Euer D-Spyro.